Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, wie können wir dieses Boot erstellen, wie funktioniert das eigentlich, welche Wege gibt es, da sowas einfach zu erstellen. Und genau, da schauen wir uns ein Video heute an. Ich wünsche euch wie immer sauviel Spaß und ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da, das hilft dem Channel ungemein. Und hey, wenn du ein kleines Stückchen besser konstruieren lernen willst oder irgendwas Neues testen willst, dann schau doch mal unten rein. Ich habe ein paar Links drin, da könnt ihr euch ein paar Übungen reinholen und wenn das euch weiter hilft, würde mich auch freuen. Und das hilft mir natürlich, weil ihr euch weiter guten Content für den Channel zu bieten. Und wie immer starten wir jetzt gleich mal durch mit der ersten Skizze. So, dann starten wir dann auch als erstes mit der ersten Skizze durch und die werden wir einfach mal hier flach drauflegen. Und wir werden uns auch diesmal nur um die eine Seite des Bootes kümmern oder das Ganze und dafür ziehen wir einfach mal eine Mittellinie, die wir dann markieren und X drücken, um den Linientyp zu ändern. Und hier drauf wollen wir unsere Form definieren. Dann schnappen wir uns hier oben das Spline und überlegen uns, wie man sich das vorstellen könnte. Ich könnte mir vorstellen, es läuft relativ spitz am Anfang und umso weiter es nach hinten geht, wird das vielleicht auch leicht nach hinten einfallen. Dann drücke ich Enter, wenn ich fertig bin, schaue mir das Ganze nochmal an. Dann überlege ich mir, ob ich damit zufrieden bin, vielleicht ein bisschen mehr so hier, vielleicht das hier ein bisschen weiter ausstehend. Doch, das sieht ganz gut aus, gefällt mir relativ gut. Dann sagen wir, es geht zu Fertigstellen und dann haben wir eigentlich schon mal sozusagen die erste Draufsicht von unserem Boot. Und um das jetzt Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir ja sozusagen auch noch was, wie es von der Seite aussehen soll und und und. Gut. Und dafür lasst uns doch erstmal das Seitenprofil anlegen. Dieses Seitenprofil, genau, das legen wir jetzt hier auf die Seite an. Und da schauen wir uns das Ganze auch nochmal an. Und was uns jetzt erstmal wichtig ist in dem Moment ist, dass wir hier mal gucken, wir drücken einmal P für die Projektion. Projizieren uns den hinteren Punkt ein von unserem oberen Spline, drücken hier wieder die Vorderansicht. Und dann drücken wir L für Linie und schnappen uns diese projizierten Punkte und ziehen eine gerade Linie einfach nach unten. Sozusagen, dass beide Linien gleich enden. Okay. Dann möchte ich vielleicht haben, dass am Anfang das Boot mit einer Linie, also ich mache jetzt wirklich eine harte Linie, so eine gewisse Vorkontur haben soll. Und dann nehme ich jetzt hier mein Spline und arbeite mit meinem Spline weiter. Das heißt, ich möchte es eigentlich relativ spitz zulaufen haben. Und dann natürlich auch hier das Ganze vielleicht am Ende noch leicht erheben lassen, hier auf die Linie, das für mir wichtig ist und sage, okay. Jetzt können wir das Ganze hier auch noch ein bisschen austangieren. So hier. Könnt ihr auch sagen, es soll ein bisschen so die Form haben. Upsala. Das lassen wir uns mal rückgängig machen. Und auch hier vielleicht so. Und die ist hier ein bisschen höher. Wenn wir damit dann zufrieden sind, sagen wir erst mal Skizze fertigstellen. Und jetzt müssen wir, also jetzt könnte man das eigentlich alles fertig machen, aber es macht keinen Sinn. Was ich jetzt gerne machen würde, ich würde gerne Versatzebene nehmen. Diese Versatzebene soll sozusagen von unserer Draufsicht weggehen. Und soll auf die Höhe von diesem Punkt fallen. Und dafür bräuchten wir die Höhe und die müssen wir uns mal kurz rausmessen. Das heißt, wir gehen hier nochmal in die seitliche Skizze rein. Sagen wir 11, also D für Definitionen, also D mit Dimensions. Gehen wir jetzt hier zum Beispiel diese 12 Millimeter ein. Die merken wir uns jetzt einfach mal, sagen wir Skizze fertigstellen wieder. Und auch hier gehen wir dann wieder drauf und sagen, diese Versatzebene hier oben mal konstruieren wir hier natürlich negativ 12. Also, dass wir genau auf diesen Punkt fallen. Und wir sagen hier drauf bitte eine Skizze. So, das was jetzt an dieser Skizze wichtig ist, wir sagen wieder einmal P für die Projektion, holen hier unseren oberen Spline rein. Und dann gehen wir hier auf die Versatzfunktion und schnappen hier den oberen Spline. Und versetzen den sozusagen ein paar Millimeter nach innen. So, vielleicht. In dem Fall 4. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass dieses Versatzsystem wieder aufhört. Das ist so ein bisschen tricksen, dass wir jetzt hier mit den Punkten arbeiten können. Ah ne, okay. Das geht wohl nicht so. Da machen wir das anders. Rückgängig, dass der Versatz da ist. Dann holen wir uns hier natürlich wieder unseren Spline rein. Arbeiten vom vordersten Punkt weg. Und schauen uns an, wo könnte uns das ganz gut gefallen, dieser Übergang. Und ich glaube, hier ist es wirklich eine schöne Sache. Und dann arbeite ich jetzt einfach diese Linie nach. Drücke auch hier Enter. Schnappe ich mir die eigentliche Linie und drücke einmal X. Dass es sozusagen nur eine Konstruktionslinie war, mit der wir uns das Ganze hergezogen haben. Und haben jetzt vom vorderen Punkt weggearbeitet. So, und was ist der Fehler, den wir gemacht haben? Richtig, wir haben vom vorderen Punkt weggearbeitet. Wir wollten eigentlich von dem 12mm-Punkt wegarbeiten. Das ist aber auch kein Problem. Dafür sagen wir nochmal P für die Projektion. Holen hier unseren 12mm-Punkt rein. Schnappen hier unseren Spline. Und lösen sozusagen die Bindungen auf den Nullpunkt auf. Hiermit, jetzt können wir den hier nehmen und auf den 12mm-Punkt setzen. Und sagen, es gibt eine Fertigstellung. Okay, das ist jetzt der erste Clou gewesen. Was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir anfangen, das tatsächlichen Flächen zu modellieren. Dafür gehen wir dann in den Flächenbereich. Und als erstes modellieren wir eine Erhebung. Und die Erhebung, die soll bitte von dieser unteren Kante auf die obere Kante gehen. Und dann sagen wir okay. Wir sehen auch, dass er hier ziemlich eine Linie sich gehalten hat. Das liegt ja daran, dass es so ist. Und jetzt haben wir diese goldene Farbe nach außen. Das ist aber eigentlich immer die Innenfarbe. Jetzt müssen wir das einmal umdrehen. Das ist auch kein Problem. Dafür gehen wir auf Ändern und sagen normal umdrehen von dieser Fläche. Und wir bestätigen das mit okay. Und dann haben wir unsere grau markierte Fläche nach außen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt geht es ja darum, sozusagen das untere Teil mit dem hier zu verbinden. Und das könnte man jetzt auch mal wieder mit einer Erhebung. Wir können es mal mit einer Erhebung mobilen. Wir schauen, dass wir uns mal schauen, was rauskommt. Also wir sagen eine Erhebung auf der unteren Kante, wieder auf diese Kante. Und wenn wir uns das so ansehen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt können wir noch hier hingehen und sagen, ob das was bringt, die Funktion. Würde ich sagen, es sieht sogar ganz gut aus. Und würde es gerne so beibehalten. Und ich sage, okay. Auch hier haben wir das gleiche Problem wie vorhin. Dass wieder so eine Art diese goldene Fläche nach außen ist. Die sollte gerne nach innen sein. Auch hier gehen wir wieder auf Ändern dann. Und uns normal umdrehen. Schnappen uns das Ganze und sagen, okay. So, das heißt, das sieht schon mal ganz gut aus. Und wir brauchen ja nicht nur eine Seite, sondern zwei Seiten davon. Und dafür gehen wir dann hin und sagen, erstelle uns eine Spiegelung. Hier ist Spiegel. Von den Flächen dieser Fläche und jener Fläche. Dieser Fläche und diese Fläche. Und die Spiegelebene, Achse, wie auch immer, ist natürlich unsere frontere Ebene. Und wir sagen, okay. Und jetzt haben wir das Ganze hier soweit fertig. Okay. Jetzt müssen wir das Ganze irgendwie verbinden. Wenn wir hier in den Körper reinschauen, haben wir einfach viele verschiedene Flächen, die im Endeffekt einfach kein Körper sind. Dafür gehen wir auf dieses Heften. Mit dem Heften markieren wir einfach die Flächen, die wir zusammen geheftet haben wollen. Das sind jetzt in diesem Fall alle vier. Und wir sagen, okay. Das heißt, wir sehen jetzt, dass der Körper 5 aus vier Flächen besteht. Und das ist ja genau das, was wir haben wollten. Jetzt könnte man auch hingehen und sagen, ja, okay, die Kante hier unten, die ist mir zu scharf. Können wir mal abrunden. Ein bisschen rausdrücken. Dann sehen wir, dass hier vorne so ein Effekt passiert, dass sich die Kante hier abhebt. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Das würde ich auch erst mal so beibehalten. Sage okay. Und jetzt sind wir aber immer noch im Flächenbereich und wollen das natürlich auch als Volumenkörper haben. Da gibt es jetzt zwei, drei Möglichkeiten, wie wir das machen könnten. Das erste würde ich jetzt sagen, müssen wir eine, müssen wir den Körper schließen. Jetzt könnte man sagen, wir können den rechteckig schließen. Also einfach hier oben zu machen und an der Seite zu machen. Ich glaube, das ist einer der einfacheren Methoden. Dann lasst uns das doch mal machen. Also wir gehen als erstes wieder hin und sagen, es soll an der Versatzebene geschehen. Von hier bis hier. Also genau auf diesen Punkt hier vorne. Dann sagen wir, okay. Dann erstellen wir eine Skizze hier drauf. Und das Tolle an dieser Skizze ist ja, dass wir diese beiden Punkte genau auf der Skizzenebene liegen haben. Das heißt, über P-Projektion holen wir uns die mal rein. Dann sagen wir L für Linie und verbinden die beiden. Dann sagen wir Skizze Fertigstellen. Und was das uns jetzt gebracht hat? Richtig. Wir können jetzt hier über das Flächenpatching, also über das Fläche, Verkettung deaktivieren. Und können hingehen und sagen, wenn wir diese paar Flächen hier nehmen, wird Hoppala. Okay. Die wird er uns nicht auswählen lassen. Dann müssen wir das mal kurz rückgängig machen. Das heißt, wir nehmen das wieder weg. Das geht auch mit dem weg. Und jetzt gehen wir hin und erstellen einfach eine Skizze noch einmal. Warum machen wir das? Weil wir das nicht auswählen konnten. Jetzt ist es wirklich egal, wo ihr die Skizze erstellt. Das Wichtige ist, wir gehen in den Sinn und aktivieren die 3D-Skizze. So, jetzt drücken wir L für Linie. Und jetzt seht ihr schon, wir können im Raum plötzlich Punkte fangen, überall wo wir wollten. Und das ist das, was sie jetzt brauchen. Wir wollen also den Punkt im Raum fangen und diesen Punkt im Raum fangen und sagen, Skizze fertigstellen. So. Und wenn wir die jetzt haben, können wir jetzt auch hier über das Patching-Menü gehen. Und jetzt können wir tatsächlich, wenn wir die Verkettung deaktiviert haben, hier hingehen, uns das Ganze so aussehen, wie wir es gerne hätten. Und dann setzt er uns hier auf den passenden Patch hin. Jetzt haben wir natürlich das wieder umgekehrten Farbe. Aber lass uns mal jetzt diesmal nicht daran aufhängen. Das machen wir ja gleich. Und dann stellen wir den zweiten Patch sozusagen jetzt hier an diesen drei Kanten. Und wir sagen, okay. Dann gehen wir hin und sagen, wir heften von da hier drauf und den hier hinten drauf. Und sagen, okay. Und das Coole ist, wenn das Ganze sozusagen, was man zusammenpatcht, einen Raum einschließt, erstellt er dadurch einen Körper. Das sehen wir jetzt hier. Wir haben jetzt hier einen Körper erstellt. Finde ich jetzt schon nicht übel. Und jetzt könnte man natürlich noch hingehen und sagen, ja, es wäre halt schön, wenn das hier drin hohl ist. Kein Problem. Jetzt gehen wir im Volumenkörperbereich wieder rüber, weil wir mit dem Volumenkörper weiterarbeiten wollen. Holen uns hier die Schalenfunktionen, wählen uns den ganzen Spaß aus und sagen, es sollte vielleicht vier Millimeter dick sein oder drei Millimeter. Machen wir aber drei Millimeter. Und dann sehen wir das Fusion, das dann vollkommen ausschalt, aushöhlt unser Boot. Und ja, ich finde, das ist halt eine sehr coole und einfache Art, ein bisschen was Komplexeres darzustellen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der ganzen Geschichte. Und wie immer, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Das freut mich ungemein. Und ja, dann viel Spaß beim Konstruieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.